Hallo und herzlich willkommen bei Sportsgeist Heilborn. Da ihr jedes Mal bisher die Frequenzen sehr, sehr angenehm empfunden habt und unbedingt mehr davon wolltet, habe ich mir überlegt, dass ich das jetzt in Zukunft alles selber mache. Das bedeutet, dass ich im Prinzip ganz genau bestimme, welche Frequenzen ich drin haben möchte, denn ich habe eine Liste von 24 Seiten, in denen miniziös aufgelistet ist, welche Frequenz teilweise auch eben im Komma-Bereich, also zum Beispiel 17,6 Hertz, was das für eine Auswirkung hat auf welches Organ und was es eben mit dem Menschen macht. So habe ich die Möglichkeit, sehr, sehr viel zusammen zu mixen, sodass man eben ganz spezifisch verschiedenste Dinge damit erreichen kann. In diesem Fall habe ich mir heute überlegt, dass ich eine Frequenz euch gebe, die im Prinzip ganz, ganz starker Stressabbau und Erholung darstellt. Wir haben da aber zum Beispiel auch eine gewisse Regeneration und Erholung für den Dickdarm drin. Wir haben so ein bisschen Öffnung der Zirbeldrüse drin. Wir haben aber auch generell ein gewisses Glücksgefühl, was rübergebracht werden soll. Das heißt, es ist ein Mix aus sieben verschiedenen Frequenzen und das Ganze ergibt dann eben mehr oder weniger ein Sammelsurium, was euch wirklich runterbringen soll. Weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die eben ja immer wieder mit Stress, sei es die subjektive Empfindung des Stresses oder eben mit der körperlichen Reaktion als Stress zu kämpfen haben. Und deshalb habe ich mir das überlegt, habe da keine Kosten und Mühen gescheut und habe dieses Mal auch eine Stunde für euch quasi zusammengefasst, sodass ihr jetzt im Nachhinein ganz entspannt euch eine Stunde am besten irgendwo hinsetzt, irgendwo hinlegt und dann euch ja diese Musik einmal anhört. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn es euch gefallen hat nach dieser Stunde, dass ihr mir das zeigt, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben geht und wichtig, so wie beim letzten Mal, wenn ihr das natürlich auch anderen Personen, bekannte Freunde empfehlen könnt, dann teilt unbedingt dieses Video hier, damit eben auch andere Menschen davon profitieren können. Ansonsten, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast und das das erste Video ist, was du von mir siehst, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und solltest du schon abonniert haben, dann aktiviere bitte die Glocke, damit du auch jedes neu hochgeladene Video von mir angezeigt bekommst. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und sehr, sehr viel Entspannung durch das folgende Musikstück. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar Bida. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar Bida. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020